Ich bin Karin und das ist mein Hund Semmel. Semmel ist jetzt seit sieben Jahren bei uns in der Familie, kam als dreijähriger Frechdachs zu uns. Er hat jetzt sein zehntes Lebensjahr schon überschritten und so ganz langsam fangen die Wehwehchen an. Als wir aus dem letzten Urlaub zurückgekommen sind und mit ihm Gassi gegangen sind, haben wir gemerkt, Mensch, so fit wie früher ist er nicht mehr. Und ich habe mir dann schon meine Gedanken gemacht, er ist halt am Kopf langsamer gelaufen und man hat gemerkt, so richtig Freude wie vorher hat es sie vielleicht nicht mehr gemacht. Eine Freundin von mir hat mich dann auf ein Präparat aufmerksam gemacht, was ich dann auch gern ausprobiert habe. Das ist eine Mischung aus Grünlip und Cucumin. Das ist ein flüssiges Präparat, was ich natürlich bei meinem Kostverächter jetzt ganz, ganz toll gefunden habe, weil ich es ins Essen mit reinmischen konnte. Und wir haben dann eine Kur mit ihm gemacht über vier Wochen. Und Wahnsinn, der Hund ist wieder gesprungen wie ein junger Hüpfer. Und unsere täglichen Gassi-Spaziergänge haben ihm dann halt einfach auch mehr Freude wieder gemacht. Und ja, also es ist eine Kur gewesen, die ich jetzt auch wiederholen werde, weil ich hoffe, dass wir auch die nächsten Jahre dann einfach noch flott miteinander unterwegs sein können und ihm die Spaziergänge über die Wiese dann auch wieder mehr Freude machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.